Willkommen in Österreich. Wir fahren heute die stärksten und sportlichsten Modelle der Marke Seat. Welche es sind, was sie können, schauen wir uns jetzt an. Im Gegensatz zum Arteca Excellence ist der neue Seat Arteca FR die aktuell sportlichste Version, die wir von einem Arteca kaufen können. Leider gibt es keinen Arteca Cupra. Auf den warte ich immer noch, aber der ist in absehbarer Zeit wohl nicht zu erwarten. Dennoch unterscheidet sich der FR durch einige Applikationen wirklich deutlich vom Serienmodell. Wir haben zum Beispiel hier einen glänzend schwarzen Kühlergrill, der selbstverständlich auch das FR Logo hat. Wir haben anders gestaltete, in LED gehaltene Nebelscheinwerfer und wir haben außerdem den unteren Teil des vorderen Spoilers in Wagenfarbe lackiert. Wenn man auf die Seite schaut vom FR, dann fallen mir als allererstes mal die wirklich schönen serienmäßigen 18 Zoll Reifen auf, die das Auto wirklich sehr sportlich dastehen lassen. Und der Wagen wird optisch nochmal näher an die Straße gedrückt durch die Seitenschweller, die hier in Aluminiumoptik ausgeführt sind. Serienmäßig hat der FR eine schwarze Dachreling und schwarze Fensterrahmen. Unser Fahrzeug jedoch hat eine Sonderausstattung, da kommt beides in Chromoptik. Um den sportlichen Look nochmals zu unterstreichen, sind hier außerdem die Rathausverkleidungen in Wagenfarbe lackiert. Wenn wir ans Heck kommen, dann sehen wir an der Heckscheibe seitlich schwarze Spoiler und außerdem gibt es noch einen richtig schönen großen Dachspoiler. Seat stehen ja für sportliche Autos und das, was gefehlt hat beim Ateca, ist nun mal ein Rundum-Paket, wo man wirklich auch die Sportlichkeit von außen erkennt. Weil generell vom Fahren her ist er ja schon sehr sportlich. Mit dem FR-Paket, mit den Felgen, mit den Applikationen hier drumherum, würde ich sagen, steht das Auto jetzt wirklich top da. Nicht nur drinnen sportlich, sondern auch außensportlich. Der Ateca FR bietet nicht nur optisch einige sportliche Anreize. Man muss sagen, das Auto bringt das Ganze auch auf die Straße. Natürlich bietet Seat auch für diese Modellvariante unterschiedlichste Diesel- und Benzinmotoren an. Aber ganz wichtig ist es, es gibt jetzt erstmals einen neuen 2-Liter-TSI-Motor. Der liefert 190 PS, 320 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und damit beschleunigt dieses Fahrzeug in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Topspeed sind 2,112. Und ich finde, das sind für ein SUV dieser Klasse recht ordentliche Werte. Außerdem gibt es optional das sogenannte DCC, also die adaptiven Dämpfer, und die sogenannte Progressivlenkung, die wir zum Beispiel aus dem Golf GTI kennen. Und dieses Paket macht den Ateca FR recht sportlich. Der neue 2-Liter-TSI-Motor macht dieses Auto quasi rund, weil mit diesem 7-Gang-DSG-Getriebe ist es halt schon etwas sportlicher als quasi die Dieselvariante, die auch 190 PS hat. Aber durch den Benziner hast du halt ein bisschen mehr Drehzahl und ja, kannst einfach noch ein bisschen sportlicher fahren. Und in dieser ganzen Kombination mit diesem neuen Motor rundet das einfach einen sportlichen Ateca ab. Wenn wir uns das Interieur des FR anschauen, dann fallen zuallererst einmal die FR-Logos auf den Einstiegsleisten auf. Außerdem sehr schön und auch, wie ich finde, sehr sportlich sind die in schwarz gehaltenen Türverkleidung und der schwarze Dachhimmel. Dann gibt es serienmäßig die Sportsitze und das Sport-Lederlenkrad. Und um den sportlichen Look nochmals zu unterstreichen, finden wir sehr schöne rote Ziernähte, zum Beispiel auf dem Lederlenkrad, dem Schallknauf und auch auf den Sitzen. Und für den sportlichen Fahrer, ganz wichtig, gibt es auch noch eine Alu-Pedalerie. Der Seat Leon Cupra ist ganz klar die absolute Speerspitze bei der Marke Seat, wenn es um Sportlichkeit geht. Und das sieht man auch am Äußeren. Wir gehen jetzt aber nur kurz auf die Highlights ein, denn wir haben das Auto bereits schon einmal vorgestellt. An der Front sehen wir sofort, dass der Cupra einen vollkommen anderen Grill hat, nämlich einen schwarzen Grill in Wabenform. Außerdem hat das Fahrzeug wesentlich größere Lufteinlässe. Wichtig sind auch noch die Scheinwerfer, denn die sind hier Voll-LED und serienmäßig. An der Seite fallen sofort die 19 Zoll Alu-Räder auf, und zwar im Cupra 300 Design. Die sind extra für dieses Fahrzeug entwickelt worden. In diesen Felgen sieht man sehr schön die rote Brembo-Bremsanlage. Die Bremssettel gibt es übrigens auf Wunsch auch in schwarz. Außerdem nur beim Cupra serienmäßig schwarze Rückspiegel. Wenn wir ans Heck des Fahrzeugs gehen, sehen wir sofort, dass wir auch hier, genau wie beim ATK FR, diese kleinen schwarzen seitlichen Spoiler an der Heckscheibe finden. Außerdem gibt es natürlich noch den großen Dachkantenspoiler. Dazu bietet der Cupra 300 noch eine veränderte Auspuffanlage und einen Heckdiffusor. Was ich beim Leon Cupra am allermeisten mag, ist, dass das Auto auf der Strecke genau das liefert, was man erwartet, wenn man sich nur die Zahlen anschaut und sich die Optik des Fahrzeugs ansieht. Der fährt sich einfach großartig, macht einen Riesenspaß. Wir haben jetzt hier 380 Newtonmeter Drehmoment. Das sind nochmal 30 Newtonmeter mehr. Da muss man echt sagen, dieses Paket macht eine Riesenlaune, ist echt klasse zu fahren. Wichtig ist außerdem, es gibt jetzt den Leon Cupra ST, also den Kombi mit Allradantrieb zum allerersten Mal im Cupra. Der Fordrive ist natürlich das absolut Entscheidende bei dem Auto. Heißt für den Alltag, als Paket gesehen, ist das wirklich ein Top-Auto, weil du auch jetzt im Winter oder auf regennasser Fahrbahn wirklich den Grip hast, den du eigentlich brauchst. Diejenigen, die wirklich sehr gerne mal auf eine Rennstrecke fahren, denen würde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall, das Performance-Pack mit der Brembo-Anlage, mit den Cup-Reifen empfehlen, weil sie damit, glaube ich, viele, viele andere Autos hinter sich lassen. Auch innen sehen wir sofort, dass wir in einem Cupra sitzen, denn das Thema Sportlichkeit wird auch hier wirklich wieder aufgegriffen. Wir finden zum einen im Cupra serienmäßig ein Sportlederlenkrad und auch Sportsitze. Wir haben, wie wir es auch beim ATK-FR schon gesehen haben, auch hier wieder sehr schöne Ziernähte. Die sind beim Cupra jedoch in weiß gehalten. Die finden wir am Lenkrad, am Schaltknopf und auch wieder an den Sitzen. Sehr schön finde ich, dass wir hier nicht nur auch wieder die schwarzen Türpanel und das schwarze Dach haben, sondern zusätzlich gibt es am Sitz und auch an den Türen Applikationen. Das sind Stoffe, die sehen aber aus wie Carbonfaser. Das finde ich gibt dem Auto nochmal so einen richtigen Kick. Damit wir beim Schalten, beim Bremsen und beim Gas geben außerdem noch richtig Spaß haben, gibt es dazu noch die Cupra Pedalerie. Das war es aus Österreich mit Seats sportlichsten Modellen. Es hat einen Riesenspaß gemacht, denn wie sagt man so schön, die Mischung macht es. Jetzt habe ich mir aber mal eine Pause verdient. Also wird am liebsten, dazu noch eine Pause. Dann wird es von der Sitz und 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 der Sitz.